Ich bin Sandra Stöckli. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Rapperschwiljona. Das ist am Zürichsee. Ich starte in der Klasse H4. H4 starte ich, weil ich relativ tief gelähmt bin und noch ziemlich viel von der Rumpf- und Bauchmuskulatur zur Verfügung habe. Mein grösster Erfolg durfte ich sicher gestern hier im Yverdon an meinem Ersten Weltcup-Rennen. Ich fahre im Zeitfahren auf den zweiten Platz. Gerade am Ersten Weltcup-Rennen hätte ich nie im Leben gedacht. Etwas vom Verrücktesten ist sicher die Bergfahrten, die ich bereits gemacht habe. Zum Beispiel in Davos, ins Erdigtal oder ins Dismattal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und in Turnier. Da war es nicht so, dass wir in dieser Zeit von der Rapperschwiljona. Zum Beispiel in der Rapperschwiljona. Bis zum nächsten Mal.